Okay, wir sind jetzt hier und versuchen einfach Musik laufen zu lassen. Die Musik, die gleich läuft, da ist sehr deutlich zu hören, zumindest für uns, wenn er auch nichts zu hören, auch für dich dann auch, dass er das Schlagzeug hört. Und da, wo das Schlagzeug ist, da klopfen wir zusammen mit der Hand auf den Oberschritt. Okay, wenn es losgeht, wirst du es schon merken, mach einfach mit mir mit. Musik Let there be heat, let he go, let there be meat, let there be oysters under the sea. Let there be wheat, let there be wheat, Asian rain, chickeny con carne, sparkling champagne. Okay, das ist das Lied, let there be love von Ned King Cole. Du kannst es dir in der Playlist einfach noch länger anhören und versuche, in diesem Rückenruß einfach für dich zu finden, wo du das Schlagzeug hörst. Achte darauf, dass du das Schlagzeug hörst, weil das gibt dir nichts vor. In der nächsten Runde machen wir etwas mehr. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.